Können wir da vorbei? Er kommt! Ich hab was gesehen! Es war ein Mann, es war ein Mann, es war ein Mann, Bro! Was gedacht, meine Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Wir haben vor einigen Tagen im Stream den Warden gefunden. Heute bringen wir aber unsere Diamanten wieder heim, weil wir können, ehrlich gesagt, nicht gegen ihn fighten. Ey, da ist so ein komischer Stein. Ich hab einen Stein gefunden. Da drüben, es kommt, es kommt. Ein Stein? Da drüben. Oh, was ist das? Irgend so ein anderer Stein. Nein. Nein, Bro! Weißt du, was wir gerade gefunden haben? Was? Was? Geh da nicht hin. Ist es dieses Wither-Ding? Das ist der Warden. Wir haben eine Ancient City gefunden. Also das sind seine Steine. Da sind Diamanten am Boden. Da liegen unter dem Wasser Diamonds. Bro, ich bin schwer beschäftigt mit diesem Scheiß. Bro, deswegen brauchst du Lava. Einer von uns braucht Lava. Kann man mich One schlagen oder so? Der hat so einen Schrei. Ja. Wenn er dich damit trifft, verlierst du verdammt viel Leben. Weiß nicht, ob es One-Shot ist. Bro, das ist One-Shot. Weißt du wieso? Wir haben nur Dive. Wir haben nur Ding. Ah, Bro! Es wird getriggert nonstop. Können wir da vorbei? Er kommt! Ich hab was gesehen. Es war, es war, es war, Bro! Ich kann nicht laufen. Bro, du kann nicht laufen! Ich hab ihn gesehen. Er hat sich auch... Er ist da. Er ist da. Er ist da, Bro! Ich hab ihn gebraucht, Bro! Ich scheiß mir die Hose! Bro, er ist da! Ich scheiß mir die Hose, Bruder! Ich scheiß mir die Hose! Grabe! Bro, er ist da. Ich sehe ihn! Nein! Siehst du ihn? Oh mein Gott! Ich hab Tränen in den Augen! Ich renne. Er hört nicht auf. Ich weiß nicht, wie er ausschaut. Er steht da, Bro. Er ist einfach riesig. Warte, ich guck ihn mir an. Greift er mich an? Warte. Warte, warte. Warte. Ah! No! Ah! Bro, er ist so close. Ich weiß nicht, wohin? Siehst du ihn? Ich muss mich... Ja, Bro, er steht da. Aber greift er dich an? Nein, gell? Nein, nein, nein. Ich bin dead. Er hat mich noch nicht bemerkt. Wow! Bro! Ich hab mich... Oh mein Gott! Sterne! Bro, ich hab mich aus Versehen runtergebaut zu ihm. Oh mein Gott, er ist... Er hat mich angegriffen. Er hat mich durch die Warte angegriffen. Wow! Ich bin fast dead. Ich bin fast dead. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ne, er käme. Ich greife ihn an oder so. Okay, ich mach was. Wo ist er denn? So, ich bin dead. Ich bin dead. Oh mein Gott. Wie? Bro, ich bin so gestorben. Oh mein Gott. Ist er da unten? Oh, er hat uns schwarz gemacht. Er hat schwarz gemacht. Ich weiß. Er ist da unten. Er ist da unten. Ich weiß. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Er kommt. Er schreit hoch. Er kommt! Oh mein Gott! Er kommt! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er kommt da oben! Bro, ich hab Angst. Wir brauchen eine Taktik. Wir brauchen eine Taktik. Ich weiß es nicht. Ja! Nein! Nein! Wie killen wir diesen Worn jetzt? Ja, mit Pfeile, Bro. Wir müssen mit Pfeile ran. Also schlagen können wir die nicht. Ah. Oh. Doch, doch. Ich hab eine Idee. Hast du Lava noch? Ja, stimmt. Nein. Hab ich nicht. Ah, das mit der Lava ist gut. Oh. Da hat es mit der Lava. Das ist es. Das ist es. Das ist es mit dem Lava. Das ist es. Hast du Lava? Es ist nachts. Es ist nachts. Okay. Ihr wollt das Problem unterstehen? Okay. Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott, Bro. Hey Leute, wir haben den Worden. Wir haben ihn. Wir müssen jetzt versuchen, ihn zu töten. Ach. So. An dieser Stelle möchte ich einfach nur einen fetten Dank sagen für die, die bis hierhin geschaut haben im weiteren Video. Was ich noch sagen möchte ist, wir spielen hier gerade ohne Shader. Das Ganze sieht noch ein bisschen 8-Bit aus. Wir schalten dann später die Shaders wieder an. Das hier ist eine Aufnahme aus meinem Stream, was ich zusammengeschnitten habe. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann denkt darüber nach, vielleicht mir ein Abo da zu lassen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und schreibt mir ruhig einen Kommentar, was ich besser machen kann, was ihr gerne sehen möchtet, was ich rausschneiden kann oder was ich drin lassen kann im ganzen Video. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem restlichen Video und ja, es passiert jetzt erstmal nicht so viel, weil wir werden jetzt erstmal die Höhle ein bisschen erforschen. Den Worden werden wir nicht killen und wir bauen noch sehr viel herum. Bro, du killst meinen Hund, Digga. Ja, ich habe ihn aus Versehen geboxt. Jetzt kämpfen die miteinander. Bro. Nein. Schnell, hol die Knochen raus. Welche Knochen? Was muss ich machen? Du hast den Hund gekillt, Digga. Du hast meinen Hund getötet, Bro. Ich habe deinen Hund nicht getötet. Doch hast du. Mein Hund hat deinen Hund getötet. Eigentlich müsste ich einen Hund von dir töten. Tötet? Bro, es war doch keine Absicht. Das ist voll das dumme Feature. Wäre es Absicht gewesen, hätte ich ihn gesprengt oder so. Oh, ich habe eine Wüste gefunden. Ich glaube es nicht. Hm, das ist Wüste. Ja, Kaktus. Doch, Kaktus ist Wüste. Ja. Oh. Ein Dreierkaktus. Weißt du, wie selten die sind? Wo? Oh, oh mein Gott. Schau nach links. Schau nach links. Schau nach links. Ein Outpost. Warte, ich muss die Kaktusse mitnehmen. Ich baue einen XP-Pan. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gib dir diese fette Füße. Du bist echt. Du bist wirklich ein schlechter Navigator, Bro. Du sagst nicht mal, dass du weiter gehst. Ich denke, du bist noch beim Outpost. Boah, schau mal, wie es gebaut ist. Das ist richtig nice. Warte. Ah, ich habe es gefunden. Oh mein Gott. Hier, komm mal mit. Wir graben uns darunter. Wir graben uns darunter. Wir speichern die Diamonds. Warte. Lass mich eine Schaufel machen. Ja. Wo ist es jetzt hier so? Hier, hier. Das hier. Da gehen wir jetzt runter und schauen, was passiert. Da kommt ein neues Biom. Bei diesem Baum? Ja. Ich höre doch ein Zombie. Komm schon. Ich habe es gefunden. Ich habe es gefunden. Zombies kommen. Zombies kommen. Ah, ich habe es gefunden. Danny. Hier hast du geschaut, oder? Nee. Es geht da weiter? Yep. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt. Ist du, Bro, das ist zu eilig. Hier gibt es echt. Nee, nee, nee. Ich habe alles schon mitgenommen. Diese Blätter auch? Ja, alles. Von jedem Ding habe ich alles dabei schon. Diese komischen Blätter. Ich habe nur ein Spornblossom. Also dieses Pinke da oben habe ich einen. Bro, hier ist ein absoluter. Nimm ihn mit. Wir brauchen zwei. Eins brauchen wir nicht mitnehmen. Wo ist es hin? Wo ist es hin? Come on. Bro. Ich höre es, aber ich sehe es nicht mehr. Oh. Hier ist ein komischer Fisch. Ja, den meine ich doch. Nein, das ist ein Nemo, Bro. Ach so. Oh mein Gott. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Was ist das für ein Fisch? Ein Tropical Clownfish, ja? Äh, cool. Warte mal. Ah, ich habe einen Cave gefunden. Da unten. Da unten. Warte. Da unten. Ein Minenscherd. Ja. Tun wir nur die Nase kurz rein tippen. Diaz, jawohl. Spinne. Creeper auf Spinne. Oder wie auch immer. Ich bin dead. Bro. Bro. Ja, wie gefickt, Bro. Das ist doch ein Schild, Bro. Guck mal. Da sind so andere Fische drin. Da ist ein lilanes Biom. Da oben. Oh mein Gott. Da müssen wir mal kurz... Ah, ein Methisten-Ding. Ja, ja, das kenne ich. Habe ich schon zwei gefunden oder so. Also, ich meine, er muss nicht sein, dass er jetzt da reingeht. Nein, null. Spinnst du. Ich brauche meinen Shader. Ich merke, ich habe mich gar verkommen. Sehe ich das Wasser so. Ja. I can smell it, Bro. Dieses dreckige Grasland. Ey, wie viele hast du jetzt? Jetzt hast du ein bisschen mehr. 61. Oh, Digga. Wie viel hast du? Ah, 56. Warte. Komm her. Wo bist du? Ah. Jetzt geh mal hin. Mein Dach ist immer noch nicht fertig. Wie viel hast du denn? Wie viel hast du denn? Als ich dann mit dem Keller fertig war, habe ich mich direkt an meinen Melonfarm reingemacht. Zuerst wollte ich eigentlich nur zwei Reihen bauen und dann hat sich das irgendwie ein bisschen ausgeartet und ich habe es ein bisschen vergrößert. Jetzt tatsächlich, so wie es ist, gefällt es mir und danach haben wir uns auf den Weg ins Nedder gemacht. Der steht auf der Erde. Digga, was mache ich? Nein. Schauen wir mal, ob es ausdruckt, nicht? Boah, Danny, dein Baum. What the fuck hast du gemacht? Wie hast du das gemacht, bitte? Oder ist es selber noch gewachsen, bisschen? Was denn? Diese Baum? Ja, bei dir. Ich habe es noch weiter gemacht. Aber, ja. Oh, das ist riesig. Aber das ist voll hässlich. Das musst du ein bisschen formen noch. Ey, du bist hässlich. Weißt du, diese Blätter, die da alle nach unten gehen. Ich weiß, Bro, aber das ist... Du müsstest theoretisch alles wieder wegmachen vom Baum. Ja, Quatsch. Es muss... Das dauert. Es muss in der Mitte schmaler werden und oben dann wieder so ein bisschen breiter. Passt schon. Ich efk, bisschen die Melonen hier. Oh no! Oh mein Gott, warum habe ich meine Name-Tags dabei? Eine Melonen-Farm macht schon Sinn, weil es automatisch ist, so vollautomatisch. Du musst es nicht neu pflanzen. Okay, bist du bereit? Ich bin schon drin. Wo bist du? Achso, jemand hat sich schon ein Ding gebaut. Ein Schutz. Oha, warum sind wir gleich so weit oben gespawnt? Wow. Nico war eindeutig hier. Oh, ich will Glowstone. Oh, Glowstone. Ich lieb's. Es kommt direkt in mein Haus. Oh. Oh, so Leuchttäbe. Oh, Glowstone. Das ist mein Lieblingsstein. Weißt du, welche ich meine? Nee. So weisse Leuchttäbe gibt's. Ah, die sind am Ende. Oh, ich will die Branden raus. Gibt's da Kisten oder so? Da spawnen sehr viele Endermans nur. Achso, okay. Hey, da ist noch ein Biom. Siehst du das da drüben rechts? Ja, das ist dieser rote Wald. Da ist auch nichts Interessantes. Was wir finden müssen, wären Bastionen und Ding. Da gibt's eigentlich geile Truhen und so. Und vorhin hab ich sogar etwas gesehen beim Spawn. Das End ist so brutal. Diese Geräusche und allem. Ja, ich hab's. Ah, nee, das ist Glowstone. Und los. Ich versuche. Stell vor, da rein. Ja, ich bin schon. Achso. Bro, du hast mich was gefühlt. Ich war schon... Nein. Warum fighten wir jetzt auf einmal? Was wollen die? Ich kann dir leider nicht helfen. Was wollen die von mir? Ihr nehmt mein Gold, ihr Schweine. Achso, lassen sie die... Du musst... Warte, ich helfe dir. Komm her, komm zu mir. Warte. Warte. Und jetzt... Läufst du da so rum, damit sie reinfallen. Was wollten die jetzt von mir? Bin ich auf den gelandet mit dem Boot oder was? Oh nein, ihr konnt ja noch raus. Bleib oben, bleib oben. Einen haben wir. Warte. Komm her, du Schwein. Der andere kann... Okay. Der andere kann nicht raus. Okay, muss... Oh, warte. Ich hole noch diese Glowstones und dann müssen wir da wieder hoch. Oh, ich sehe keine Knochen-Ding. Ah, stimmt. Deswegen war ich hier. Oh, nee. Diese Glowstones hole ich da auch nicht. Oh, nee, bro. Easy. Boah, ist das Seelenstein? Seelensand. Digga, dann hole ich mir das direkt. Ist das dein Ernst? Was... Hau rein, bro. GG. Warte. Ich bin tot. Boah, das ist Gravel, bro. Das ist kein Seelenstein. Ich weiß nicht, warum die Schweine mich angegriffen haben die ganze Zeit. Ich hab dir nichts getan. Tu meine Goldschuhe an. Oh mein Gott. Oh, Digga. Oh mein Gott. Solange ich nur gerade ausdecke, kann nichts passieren. Oh. Oh. Ich hab dieses Schiss in meine Eier. Woo. Okay, get the fuck out of there. Yeah, ich hab zwei Stacks Glow. Okay, let's go. Oh, schön. Schön. Das kommt oben auf meinen Roof. Hey, du Penner. Ach, das ist irgendwer. Yay. Ey, ich glaub ich fang diesen. Kann ich ihn mit, irgendwas mit ihm machen in meinen Keller? Ihn zu einem Büchereimensch machen, oder? Ja, weil ich glaub, du kannst nicht, du kannst nicht den Beruf einfach so wechseln, weil du ihn das hinstellst. Du musst ja erst den Block. So, und wie verwandle ich ihn zu einem Büchereimensch? Finde ich nicht, dass ich ein Schlimmer bin. Okay. Ich muss seinen Arsch einsperren. Hier kommt so ein Ding hin. Aber die Ästhetik sieht halt nicht schön aus. Ich muss das jetzt zehnmal machen, oder so. Zwanzigmal. Warum? Bist du ja den richtigen Trade hat, oder nicht? Also, achso, ich muss das wegnehmen und wieder hinstellen. Mhm. Ah, verstehe. So, mach mal schauen, was er gerade hat. Und dann. Ja, er hat scheiße. Ja, dann gleich wieder hinstellen. Ah, okay, verstehe. Okay, dann muss ich gleich eine Tür bauen, dass er mir gar nicht ja abhauen kann. Mhm. Dann gehe ich da vor und baue mich kurz ein. Und nimm ihn seinen Job weg. Ja, er hat sich wieder verwandelt, du hast recht. Jetzt ist er wieder. Loyalty. Uh, verstehe. So macht man das. Komm, verwandel dich. Hä? Oder gib mir mein Ding, oder ich flipp aus. Ich hab kein Geduld für den Gut. Power 5. Oh, das ist stark. Ja? Was sag ich dann? Stärke 5 ist das Stärkste. Das haust du auf dein Schwert, zum Beispiel. 55 Emeralds. Aber er tradet Papier gegen Emeralds. 24. Ja, du kannst auch Emeralds mit anderen traden. Zum Beispiel hier ist ein Farmer. Ja, ja. Für 26 Kartoffeln. Soll ich das lassen? Gibt er dir ein Emeralds. Ja, Stärke würde ich erstmal lassen. Vielleicht machen wir noch einen. Ja, warte. Weißt du nicht mehr? Trading Hall. Man baut eigentlich so eine Riesenhalle mit 50 Stück von denen. Und dann da tradest du andauernd, damit du Emeralds bekommst. Und dann, ja. Aber im Prinzip musst du eigentlich alle nur in ein Loch bringen. Und fast voll mit Betten ist, erstmal. Und dann schmeiße da in ein Radieschen rein oder so. Ich will sie trennen. Dann vermehren die sich. Achso, wir müssen sie erstmal vermehren. Ah, und dann kann ich jedes einzelne. Das heißt, ich baut theoretisch erstmal nur zwei. Ja, genau. Und dann baust du deren Betten ab. Ich dachte, dass wir zu viele finden. Da in Betten baust du dann ab. Und dann tust du überall ein Bett hinstellen immer. Und dann rennen die automatisch zum Bett. Und man baut sie ein und so checkst es schon. Hm. Verstehe. Easy. Okay, dann ist das mein nächster Plan. Das ist mein nächstes Ding. Du willst ein Trading Hall bauen oder was? Hm. Ich will Sklaverei betreiben. Oh. Ich glaube, ich muss jetzt ein paar Kühe töten. Nee, noch nicht. Was, wenn man auf seinem Bett springt, kriegt man keinen Halsschaden? Na. Ich denke, er hat auf sein Bett gesprungen von weit oben. Muss ich jetzt ausprobieren. So, haben wir sechs Kühe. Oh. Ja, ich muss aber auch das Scheiß betreffen. Oh, oh. Oh, die Schafe ärgern mich so sehr. Muss sie hier irgendwie wegkriegen. Töte sie bald. Ja, aber kriegt weniger Damage. Mhm. Also, Danny, wenn du ein Stack Brot haben willst, kannst du es abbauen gehen, ja. So, machen wir das jetzt. Würde es jetzt abbauen gehen. Ja, du kannst es machen und dann wieder pflanzen. So meinst du, ja. Ja. Bin jetzt aber gerade hier ganz oben. Es ist gerade ungünstig. Ja, du kannst es machen, was du willst. Ich will erst mal, dass diese Kühe sich vermehren. Okay, funktioniert schon mal die Farbe. Das ist sehr gut, ihr Kleinkühl. Das ist sehr gut, vermehrt euch. Oh, jetzt habe ich richtig viel. Das nächste Mal, wenn ich sie schlachte, habe ich so richtig viele. Okay, hier ist es ziemlich geil. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Als nächstes bauen wir eventuell ein Villager Trading Hall.